Die Deckung auspusten Hier kann ich die Deckung auspusten Sind sie alle in Position, oder was? Meinen schon, ja? Äh, jaa Achja, HGS, Gunman hat einer von euch zufälligen Vektor dabei, zum Entfernungsmessen Ich hab eins dabei, ja Noch nicht Ich hab keinen Ja, okay, dann passt das Irgendwer braucht nämlich irgendwas Ich hab auch dabei, höre Ja, alles klar, wenn zwei, drei Leute was haben, reicht das Weil die Entfernungen werden ja nicht wirklich abweichen Ähm, wenn es heißt, äh, Entfernung, Panzer so und so Dann würde ich die Entfernung hören Damit die Raketenwerfer dann halt auch richtig anstellen können So Steffen, äh, hinter dir ist Medix im Sinne Alles klar, ich bleib bei dir Da wenn, was sagt der Uhr? Steffen, also wenn ich sterbe Von 14 Ja? Wenn ich sterbe, kannst du auch hier in den Rucksack gehen Da sind meine Medix-Sachen-Hotelie noch drin Ja, und wenn ich die dann auch benutzen kann, ich glaub nämlich eher nicht Morphium, ja Morphium 100% Also an mir selber ja, aber nicht an anderen Leuten, glaub ich Aber naja Unsere Bewegungsmelder melden, falls so ein Tag So, geht los Steffen Warten Geht los Meinst du, wenn die so steht, ob die dann in die Wand reinschießt oder durchgeht? Das sollte eigentlich durchgehen Welche Richtung? Wirst du dann eher sehen Okay Ja, das ist mir aber zu exposed erstmal Erstmal gucken, was passiert Leute, die die ein bisschen zu viel sind, nur ein bisschen hier rüber mit Da sind nur vier Einer hier rüber noch Jawohl Einer, nicht gleich alle Erstmal fisten hier Oh, ich bin ja gespannt Mal sehen, was da jetzt alles rüberkommt, ey Ich bin ja auch neugierig Silber, sag was Ich hab die noch nicht gespielt Ja, Sebastian, wir haben neulich nur kurz ausprobiert, inwiefern das möglich ist mit der Base-Verteidigung Okay Beim letzten Mal war's möglich Und die ist ausgegangen? Naja, wir hatten halt, wir haben halt den Chevette und so ein Kram benutzt, aber Okay Okay Solange da keine Zeus ankommt oder Schilker, ist eigentlich alles okay Okay, na dann Stefan, ich werde an deiner Stelle noch ein bisschen runter gehen Naja, erstmal habe ich hier noch keinen Gegner im Blick, also kein Problem Bumm tot Hallo, wo kommt der Fahim? Ja, die Frauen sind ja nicht in Sicht Noten am West Der kommt natürlich aus der Richtung Gowalle Okay Wer schießt? Oh, Fahrzeug Ja, Richtung 340 Was? Fahrzeug? Ja, da fährt ein LKW Ja, ein Fahrzeug Jo, ich sehs Uiuiui, das ist aber ziemlich weit draußen Wie viel Meter ist das ungefähr? 800 ungefähr Das ist noch zu weit, Leute, lass uns doch ankommen Lass uns doch ankommen Da schlagen alle vorher ein Nö, meiner ist noch ein Tage Oh Ja Der rote Punkt, ey Achtung Entrichtung Noch ein drittes Entfernung 890 890 Ja, was ist denn los, HGS? Ja, was ist denn los, HGS? DMP, Richtung 0 Grad Entfernung 500 ungefähr Ich brauche einen Medic Scheiße Wo ist denn dein Anti-Tankwerfer HGS? Wie lange? Ich hab keine Oh, sehr gut Achtung, kommt Er schießt Nee Noch schießt er nicht Fäler? Fäler? Nee 100,9,9 Kann nur nach hinten ausgerichtet So, den habe ich Sehr schön Der war schon kaputt, was soll denn das? Wenn's brennt, ist es kaputt, ja? Rule of Thumb Müsst ihr nicht nochmal drauf schießen LKW auf 328 775 Kommt näher Weiter LKW an der Straße Entfernung 750 230 Grad Es lohnt sich sowas von gar nicht auf 800 Meter zu schießen, das ist ne Irre. Lkw 300 Grad, entfernt 800, läuft nach links. Lkw 334 Grad, 140 Meter. Lkw 364 Grad, 14 auf 40 Meter. Lkw 384 Grad, 25 motor, 59 Meter. Lkw 384-ik-4. Laster nähert sich auf 270 Laster nähert auf 270 Leute, der Laster Könnt ihr mal den Laster ausschalten? Feind aus Westen nochmal Stunnen oder wie offensichtlich hinterfied Weg, 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 weg 3 Mann, 330 Grad Entfernung 950 Wann, wir brauchen Medic Wann, wir brauchen Medic Wann, wir brauchen Medic Wann, wir brauchen Medic Linke Seite Wer ist da Linke Seite, wir haben jetzt noch verbunden Machen wir auf jeden Fall reingehauen Brauchen wir auch einen Satz Wo gibt es denn Gangnamen? Hier Hier Hinter dir Nix? Okay, gut Es war nur ein bisschen Blut Dann fachst du nicht, um den Weg geht hin oder was? Drei Zwischen 300 und 320 läuft noch was Läuft noch was J neces Drei also was war das denn Also 334 Grad 845 Meter I'm going to go 1-4-0 Panzerfahrzeugen 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 Wir haben einen Beinverlust Wow Alter Hier, jetzt schießen sie zurück Der 60 feuert Gels, was hast du gesagt? Fink wo da noch was gesagt? Ich hab nichts gesagt Das war ca. 70 Meter Erste Ziel für 75 Meter 3 und 8, durch den Start Oh, BMP-2 von rechts, HGS BMP-2, wir brauchen eine HC-4 Yo, 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 bin Geht sofort los BMP-2, 70 Meter hoch Das ist okay Linke Seite, wir brauchen Medic Kann nicht mehr gehen Ich brauche Medic Ich bin aber keiner Ja Hier, ich kann nicht mehr gehen Ja, hab ich Brauchen wir noch den Rest Wie vieler denn? Oh Ich bin unmächtig Ich bin auch unmächtig Explosion in der Basis Irgendeiner hat einen Raketenwerfer bei mir abgefeuert Gar nicht Gar nicht, was war das? Ich brauche Medic Gunman, Feuer ein Ist der tot, oder was? Fucking hell Gunman, pass doch mal auf, wer hinter dir steht, wenn du das Ding abschießt Okay Ich muss noch, ich brauche noch Medic Ich kann nicht mehr gehen, ich brauche noch erste Hilfe Ich bin aber keiner, kann ich hier nicht helfen Ich weiß, aber irgendwo ist hier gerade einer rumgelaufen Vila, kannst du zur linken Seite rüberkommen? Aber du bist wieder fertig Tschüss